Hallo und wieder recht herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Ja, wo sind wir? Da drinnen. Irgendwo. Hä? Ich seh mich gar nicht. Irgendwo in der Kutsche. Ha, da sieht man so ein kleines Stück. In seinem Kopf. Und ja, wir gehen mal raus. Und ich... Das fände ich total behindert. Ich bin hier als Eevee eigentlich gewesen. Aber bestimmte Missionen kannst du nicht als Eevee machen. Das ist total behindert. Ohne Scheiß. Voll behindert. Aber na gut. So, was haben wir denn hier? Ein Messermeister? Ist das hier ein Samtfrau? Ich glaub wir haben ihn mal ein Messermeister. Soll heißen, wir teilen Gegner für kurze Zeit. Und wir erhalten automatische Wurfmesser, wenn sie Multikills ausführen. Okay. Gut. Machen wir das. Und sonst sind wir wieder leer. So, was auch mal im Wetter. 2.000 noch was. Kriegen wir dafür irgendwas? Gieht schlecht aus. Und Schusswaffen? Und Schusswaffen? Ne, hab 4000. Okay. Aber ich muss echt mal in Newplay rein. Das nervt mich. So, ich hab ja schon hier das Beste momentan. Das denke ich gern. Da brauch ich Loyalitäts Level 1. Aber warte, ich wollte ja noch Dings gucken. Inventar und zwar in die Umhänge. 2.5 und Level 5. Okay, weiß ich Bescheid. Die sind alle noch gesperrt. Ach ja, der rustikale Stil. Wie übrig. Wie ü... Alter, wie urig. Ey, Leute. Ubisoft, was habt ihr denn gemacht mit der Übersetzung? Irgendwas... Hä? Seien wir das erste Mal, dass ich das sehe. Unnatürliche Auslese. Und Nachrichtenticker. Da... Da bekomme ich wieder einen Gürtel. Das ist wieder nur für... für ihn. Ja. Von der Level 3. Na gut. Das heißt, egal ob ich jetzt hier bin oder sie. Die haben die Mission so gemacht, dass das immer nur für einen ist. Wird echt doof. Zack, Zack. Hör doch. Ich geh zurück! Wird sie einfach hoch. Ich mach das. Ja. Ja. Oh. 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 Oh, das ist mal, Leute. Das muss ich mir abschweichern. So. Alter, wie krass war das denn, Alter? Das war ja echt, Mann, krasser Multickel. Alter, leck mich am Arsch. Der, den hab ich jetzt... Komm hier, komm mich gar nicht hoch, lol. Ich komm nur hier hoch. Macht Sinn, ne? Absolut. Du wurdest zwar nicht hoch, aber ist okay, dass du es trotzdem machst. Ach, Jungs. Ah, es geht ab. Nix, gut. Geh trotzdem weiter. So. Mal sehen, wo wir hin müssen. Da runter, okay. Sie geht halt immer wieder hoch, ne? Für ein Adler. Ach, das ist der. Da war ich ja schon. So, sag. Fuck. Yeah. Ist irgendwie langsam, ne? Ich weiß auch nicht. Für die Entfernung. Zack. Flutsch. Oh, ich glaube, das ist nicht gut. Ah, das ist besser. So. So. Ach, jetzt sind wir wieder zu weit unten. Und natürliche Auslese. Jakob setzt seine Suche nach dem Erfinder von Stavics Beruhigungssirup fort, indem er ihn zu seiner Distillerie zurückverfolgt. Okay. Bin mal gespannt. So, ja, Jakob. So. Das ist nur eine Nebenmission. Ich weiß es gerade nicht. Sieht so cool aus im Zeltrauber mit den Kutschen. Sieht so cool aus. So. So. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Okay. Brennerei. Das verkompliziert die Sache. Allerdings. Aber. Das Ganze macht das ja gar nicht so kompliziert. Hm, warte mal. Na, wo geht ihr lang? Ihr Geigenvögel. Sieht doch gut aus. Und tschüss. Zack. Das hat schon mal funktioniert. Headshot. Headshot. Jetzt habe ich kein mehr. Scheiße. So. Gehen wir mal hier rüber. Zack. Gehen wir mal hier hoch. Zack. So. Mal gucken. Was wir von hier ausrichten können. Ah, hier ist ein Heuhaufen. Das ist gut. Das ist aber der falsche. Da hinten wäre einer. Das ist schlecht. Ah, da kommt mein Zug. Verflickster Flegel. Ich werde dir Hirn einprügeln. Vielleicht beruhigst du dich, wenn ich dir die Eingeweide rausgerissen habe. Hä? Achso. Boah. Haben wir die? Tatsache. Guck an. Und. Tschüss. So, was sollst du einstecken? Hm. Nicht viel. Und der Deckel hier? Auch so wenig. Na egal. So. Dann öffnen wir mal die Tür. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentleman erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell. Rein da. Das war fast schon zu knapp. Wer ist denn das? Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, junger Mann. Hä? Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ja, schon. Aber warte mal, hier ist irgendwo die Kiste. Hier anscheinend nicht. Oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empören wir uns. Ach, Opium, Alter, was? Ekelerregend. Hallo? Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Ja, doch. Durchaus. Boah. Das ist ein bisschen stinken wie die Pest. Finden Sie einen Weg hier raus. Weilung. Und die anderen Ventile? Dreimal dürfen Sie raten. Ach, das ist oben. Okay. Gehen wir mal hoch. Und sabotieren den Scheiß. Oh, hi. Ach, komm her, du Sackgesicht. Sack. So, sabotieren das Ding. Und das andere, das ist wahrscheinlich ein Leben, Dings. Jupp. So. So. Das auch noch. Jetzt macht es bestimmt eine Riesenbums. Und wir müssen noch höher. Alter. Okay, hier ist diesmal nichts. Noch höher. Okay. Ich wollte nur Hallo sagen. Die Play war gut. Der Kill war gut. Ah, hier. Zack. Aufdrehen das Ding. Lass sie doch explodieren. Ist mir da egal. Alter, nein. Versuch's doch. Zack. Jetzt reicht es mir. Dich bringe ich um. So, wie das. So, hier lang. Jetzt wird es los. Die macht bestimmt gleich ein Riesenbums. Und eins noch ganz oben. Ich würde das letzte sein. Und dann wird es wohl einen Riesenknall geben. Nein. Nein. Nö. Nicht wirklich. Mann. Alter. Verleben X da Jetzt hau' er Zack Flatsch So Es wird Zeit Es wird Zeit So Tschüss Wir sehen, hast du vielleicht irgendwie ein bisschen für mich oder so Nö Oder? Ich hab keine Ahnung So, das letzte Jetzt wird Zeit Raus Gut, das war nicht schwer Gut gemacht, mein Junge, gut gemacht Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits Während sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde Ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry Es arbeiten viele Leute in Lambeth Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen Hm Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht Es ist schon spät Ich treffe sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen Okay Ja, das war ganz cool Hier ist ein Angebot mit dem Gas töten Was? Ja, gut, war ganz okay hier War jetzt keine bombastische Mission Was? Wolltest du was sagen? Da war doch was, oder? Du wolltest doch irgendwas zu mir sagen Du solltest einfach aufgehört zu sprechen Ach man, was soll denn das? So, was haben wir hier? Nachrichtenticket Der Ursprung des Sirups Immer noch Und wann kommt wieder Hauptmissionen? Gar nicht mehr, oder was? Weil das sind ja alles so Nebenmissionen Die haben ja jetzt mit der Hauptstory nichts mehr zu tun Aber, nun gut Ähm Ähm Mh 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 Net why not Was ist das? Komm, geh mal hin und gucken mal Gucken einfach mal nach Was ist das? Und das Ding hat jetzt wirklich Bombs gemacht? Wo ist denn das? Weg Was ist gebohrt ist weg? Ich stand doch Ich kam doch genau hier raus Weg Es hat hier Luft aufgelöst Nee Da war das Oder war das das? Ich weiß es gerade nicht, ist mir gerade ein Rätsel Aber ist auch egal Zugsafe Zugsafe ist fast voll Okay Also müssen wir bald mal wieder In den Zug Und Mal gucken Was es so safe gibt Deshalb heißt das Ding hier auch Zugsafe Äh Ich? Nö Nö Niemals Arschloch Hallo Ich drück hier die ganze Zeit Hier und her Hallo Ich drück hier wir so bescheuert da Das glaubt mir keiner Das hat mir keiner geglaubt Wie ich jetzt die Tasten hier gedrückt hab Wie so ein Berserker Kann man schon sagen Alter Vater Ja Das Das Ja Ähm Das war ein bisschen zu viel Ja Wir haben hier halt keine fetten Waffen Wie bei den alten Assassin's Creed teilen Finde ich aber ganz gut Muss ich sagen Weil Ja Das hat das ganze ein bisschen Rambo-mäßig immer gemacht So Irgendwelche Megawaffen Klar war es irgendwo cool aber Naja Ne Du warst halt so der Übermensch So Kann man nicht anders sagen Gut Dann Äh Wollte ich denn hin Ich wollte Ich wollte Ich wollte zum Ende Es ist im Bahnhof Okay Im Bahnhof Okay Im Bahnhof drin Oh Der Bahnhof ist ja groß genug Ähm Ähm Leider zu groß Das Das muss jetzt sein Das muss jetzt sein Boah okay Du warst aber eine starke Oma Nicht aus Oh Du warst immer Ah das Da Komm her Ja Boah Junge Der Marsch! Wo ist das Ding? Ach hier! Wieder seine Illustration! So, wir wollten in den Bahnhof rein! Wo ist der Eingang? Ähm... Ich fühl mich grad hier irgendwie verloren! Da müssen wir hin! Ist hier ein Eingang? Sieht gut aus! Ne, sieht schlecht aus! Das gibt's ja nicht! Bahnhof ohne Eingang! Ausgang aber kein Eingang! Was? Wie geht denn das? Dann müssen wir nochmal zum Anfang hin! Von dem scheiß Kaff... Von dem... Kaff... Äh, von dem scheiß Bahnhof! Eine Twain Station! ... Runter! Hallo! Äh... Hört ihr das? Ich komm hier nicht runter, ne? Alter! Wird ja mal Zeit! Nein! Meine Herren! Meine Herren! So... Geht's hier rein? Jo! Nein! Hab' nur Heil gesagt! Hab' ich nicht gemacht! So... So... Ja, das ist so typisch englisch... Typisch englisch... Sprich... Gleise sind da, wo man auch ankommt. Das ist ein Sack-Bahnhof! Ja, nicht weil hier viele Männer sind, sondern... weil der... Die endet, dieser weiße Sack-Bahnhof! Der Sack-Bahnhof! Der Sack-Tier! Ja, in Kiel haben wir auch so'n... Sack-Bahnhof! Was ist denn die Olle? Oder der? Hier unten? Sieh gut aus! Ach du! Ach du! Oh, schon wieder! Ich bin ruhig! Ich wusste, dass Sie kommen! Herzlich willkommen! Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem? Die Bleiters! Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar! London wäre jedenfalls sicherer! Wenn Sie was Glitzerndes finden, behalten Sie's! Ich mag es ja, wenn's glitzert! Okay! Das war also nur mal so'ne kleine Einleitung, wer diese Person überhaupt ist! Find ich ganz cool! Da würde ich jetzt zwar nicht hin, aber... Bis du trotzdem da bist! Und... Wir machen an dieser Stelle eine offene Pause, hören uns morgen wieder im nächsten Part und bis dahin, tschüss! Wir machen an dieser Stelle, wenn's glitzert! Wir machen an dieser Stelle auch nicht mit dem, dass wir uns gut machen können! Vielen Dank.